Hallo und herzlich willkommen. Ich melde mich direkt aus dem Paradies. Zwei Wochen lang war ich durch Guatemala unterwegs und wollte eigentlich weiter nach Feliz, aber irgendwie hat es mich nach Tulum, nach Mexiko verschlagen. Hallo und herzlich willkommen bei Rapportagen. Ich befinde mich heute in Seefeld in Tirol, denn hier findet der vierte Austria-Skitest statt. Hallo und herzlich willkommen in Kenia. Wir befinden uns hier im Kimana Park. Was wäre Afrika ohne eine Safari? Es hat übrigens seit acht Monaten nicht mehr geregnet, es gibt sehr viel Staub in der Luft. Hallo und herzlich willkommen bei Rapportagen. Die Antworten auf den Tiger sehen sind sehr hoch. Was ist das Minimumstay, dass die Leute hier bleiben müssen? Aus der kleinen Erfahrung, die wir hatten, würde ich ein Minimum von drei Nights sein. Das wäre ideal. Schön, dass Sie mich begleitet haben auf dieser Reise und vielleicht werden Sie mich das nächste Mal sogar persönlich begleiten. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020